Hallo zusammen und herzlich willkommen. Jetzt, wie schon eine ganze Weile nicht mehr, will ich wieder mal für euch eine kleine Zusammenfassung der aktuellen Themen bringen. Und um mal wieder auf den laufenden Stand zu kommen, werfen wir erstmal einen Blick in den Patch 3.18. Noch ist 3.18 nicht auf den PTU-Servern. Die Evocati war natürlich gespannt, dass der Patch dann auf die PTU-Server gehen sollte. Wir haben gerade die letzte Septemberwoche, also müsste es eigentlich jeden Moment soweit sein und der Patch auf die PTU-Server gehen. Aber seien wir mal gespannt, was ich euch nächste Woche hier erzähle, ob es denn soweit gekommen ist und 3.18 schon im PTU ist. Wir können allerdings schon mal hier einen kleinen Blick in den Release-View werfen, um nochmal einen Überblick zu bekommen. Was ist denn eigentlich für 3.18 alles geplant? Ja, da soll es neue Crash-Sites geben auf DEMA. Die sind allerdings noch nicht committed. Diese neuen Absturzstellen, zum Beispiel für die Mercury Star Runner und für die 600i, die hatten wir jetzt neulich schon mal gesehen. Nämlich in einem Inside Star Citizen konnten wir ein paar bewegte Bilder dazu sehen. Sah auch gar nicht so schlecht aus, muss man sagen. Außerdem wird es neue Flüsse-Instanten geben. Es soll nämlich auf Hürsten und auch auf Microtech quasi neue fließende Gewässer geben. Wir haben ja bisher nur den einzigen Fluss auf Microtech. Das war quasi Tier 0 der Fluss-Architypes bzw. der Flussstrukturen. Und mal gucken, wie die neuen Flüsse aussehen werden, ob die sich genauso gut ins Gelände einfügen werden wie der Fluss auf Microtech. Ich bin gespannt. So, außerdem gibt es Sand Cave, den Sand Cave-Architype, den wir bekommen sollen. Die verschiedenen Caves in Star Citizen werden nämlich überarbeitet. Bisher haben wir nur so sehr steinige Caves in Star Citizen. Für so einen Mond wie DEMA wäre es allerdings natürlich schon schöner, wenn es dort ein bisschen sandig zugehen würde, beziehungsweise auch der Einstieg in den Cave dann so ein bisschen versandet aussieht und so weiter. Es gibt natürlich verschiedene Höhlen und hier soll es eben neue Architypes geben für sandige Höhlen, unter anderem für frostige Höhlen soll es welche geben, natürlich auch für steinige Höhlen. Die werden nochmal überarbeitet, aber das Erste, was reinkommt, sind die neuen Sand Caves. Es gab von den Bäckern auch schon Vorschläge für noch weitere Architypes, wie zum Beispiel, wie wäre es denn mit einer Unterwasserhöhle? Also eine Höhle, die voll mit Wasser geflutet ist. Fände ich ehrlich gesagt auch spannend. Allerdings bis wir nicht richtig tauchen und schwimmen können, würde ich das noch nicht einfügen. Ansonsten laufen wir dort einfach bloß so rein und haben ein merkwürdiges Gefühl von einer Wasserhöhle. Außerdem soll es als Location hier das Greycat PTV Racetrack Modul geben. Nicht Modul, sondern die Strecke quasi soll kommen. Aber in einer der Halden, die wir ja jetzt für die Messen benutzen, die sind über das Jahr relativ leer. Man will die hier ein bisschen anders nutzen. Diese schönen Möglichkeiten, den Platz quasi ein bisschen mit Action auszufüllen, wird es hier durch einen Greycat PTV Racetrack geben. Da bin ich schon gespannt, wie das letzten Endes ablaufen wird. Wir haben ja in einem Star Citizen Live auch schon mal gesehen, dass es da verschiedene Dinge gibt, wie zum Beispiel vielleicht sogar ein Looping. Das wissen wir aber noch nicht. Aber ihr werdet bestimmt irgendwie schön springen können und übereinander wegfahren und solche Dinge. Und ich bin schon gespannt, wie lange die Leute auf der Strecke bleiben. So, das war es bei den Locations. Die klacken wir mal zu. Danach gibt es das Gameplay. Gameplay wollen wir natürlich. Und das Cargo-System Refactor ist noch geplant für 3.18. Noch ist es nicht blau. Hier steht unten oben quasi dran Tentative. Aber ich hoffe mal, dass dieses noch auf Committed wechseln wird in den nächsten Wochen. Und ja, jetzt steht ja auch bald wieder ein Roadmap-Update an. Und das Roadmap-Roundup, vielleicht passiert ja hier was damit. Auf jeden Fall sind jede Menge Teams zugeteilt. Außerdem soll es noch die Sendbox Prison Activities geben. Nicht Prison. Prison. Das ist immer in Sachsen. Also die Gefängnisaktivitäten, die hier mit dazukommen sollen. Und zwar soll es unter anderem NPCs im Gefängnis geben. Und irgendwie noch andere Möglichkeiten, sich Merits zu organisieren. Und bisher kennen wir es ja, wir müssen die Merits erminern. Oder wir machen die O2-Automaten, also Sauerstoffautomaten-Missionen. Oder wir lassen uns von jemand anderem Merits schicken. So können wir Merits bekommen derzeit. Es soll aber noch mehr Möglichkeiten dafür geben. Und dann gibt es das Security Post-Korea-Reaktivation-Rework, würde ich jetzt mal sagen. Also auf jeden Fall wird das Security Post-Korea überarbeitet und bekommt hier neue Inhalte. Tja, neue Räume anscheinend auch und eine neue Struktur. Aber wie das Ganze insgesamt dann im Game aussehen wird, bin ich mir unsicher. Will ich mir dann mal angucken. Ein bisschen was konnten wir schon im Video sehen. Aber von fertig haben wir natürlich noch nichts gesehen. Es soll eine Änderung geben, sodass alle Leute, die einen Crime-State haben, bis Crime-State 2, ihren Crime-State bei normalen Stationen abbezahlen können sollen. Und zwar bei jeder Station, dass ihr quasi auch mit eurem Crime-State 2 an normalen Stationen wie Everest-Harbor oder Treslau und so weiter oder C.A.U.L. 1 zum Beispiel landen könnt und dort eure Strafen abbezahlt. Wenn ihr hacken wollt, sollt ihr allerdings nicht mehr in die Bunker ziehen können, in die Security Outposts, wie wir es jetzt noch machen können im 3.17er-Patch, sondern jeder, der hacken will, soll hier nach Korea gezogen beziehungsweise geschoben und gedrückt werden beziehungsweise soll dort einfach hinreisen und dort eben dann quasi alles sehr komprimiert sein von den Leuten, die ihren Crime-State losbekommen wollten oder vielleicht sogar den Leuten, die verhindern wollen, dass Leute ihren Crime-State losbekommen. Ich bin echt gespannt, was es für eine Änderung fürs Gameplay wird und was es für Auswirkungen hat auf unsere Spielweise. Außerdem soll es auf Horizon neue Missionen geben. Wir haben ja jetzt vier neue Plattformen, nämlich Solanki, Brushwood, Hardmore und das Admin Center und auf ein paar davon soll es wohl in Zukunft auch Missionen geben. Hier gibt es verschiedene Arten von Missionen, welche die nur über ein Haus zum Beispiel gehen, aber auch welche die vielleicht über eine ganze Plattform gehen und quasi die mit in die Quest einbeziehen. Also verschiedene Orte, die ihr dort besuchen müsst, vielleicht verschiedene Dinge, die ihr einsammeln müsst, vielleicht gibt es irgendwelche Zusatzdinge, die ihr finden könnt und so weiter. Ja, und dann ganz spannend kommt hier die erste Version von Salvage. Das Hull Stripping steht jetzt hier noch da. Wir haben jetzt eigentlich öfter gelesen, dass das Ganze Hull Strapping heißt. Bin ich mir jetzt unsicher, wie das denn jetzt wirklich letzten Endes heißt. Ich muss allerdings sagen, ist mir Wumpe, ob das jetzt Stripping oder Strapping heißt. Es ist zumindest erst mal das Ablösen der Außenhaut gemeint und noch nicht quasi das Entnehmen der Komponenten, noch nicht das Entnehmen der Flüssigkeiten und auch noch nicht das Kleinmachen des ganzen übrig gebliebenen Schiffes. Das kommt alles noch. Jetzt kriegen wir an den ersten Part. So können wir erst mal die Außenhülle ablösen. Das Ganze soll funktionieren für das Handtool, also das Multitool. Da soll es ein neues Attachment geben, aber auch mit der Drake Vulture, die ihr hier schon im Bild seht, die sollt ihr loslegen können oder die ganz großen Salvager unter euch. Die können sich dann quasi schon mal zum ersten Mal sinnvoll in ihre Reclaimer setzen und mit der quasi den ersten Part des Salvage Gameplays ausprobieren. Da bin ich mit am meisten drauf gespannt, ehrlich gesagt. Ja, das war es beim Gameplay, ist doch einiges, weil das beinhaltet einige Änderungen für unser Erlebnis in Star Citizen, finde ich zumindestens. Mal gucken, wie es letzten Endes sich anfühlt und wie es wird. Bei den Schipp und Vehicles gab es hier ein neues Pünktchen, seitdem wir das letzte Mal reingeguckt haben. Wir wussten ja schon, dass hier die Drake Vulture drinsteckt, nämlich das Starter Salvaging Schiff und hier jede Menge Teams natürlich auch daran arbeiten, dass das Schiff fertig wird. Aber es ist noch ein neues Schiffchen dazugekommen. Eins, was noch nicht ganz klar war bis vor kurzem, dass es hier letzten Endes wirklich im Release-View auftaucht für 3.18. Das ist jetzt soweit die Drake Corsair und damit das zweite Drake Schiff, was für den 3.18er Patch angekündigt ist. Auf das Schiff warten viele. Bei mir im Hangar wartet es auch noch aufs Ausprobieren der fetten Size-5-Waffen, die vorne drauf sind. Aber ehrlich gesagt, ich will auch gern die seitlichen Türme ausprobieren. Und welchen Radios die jetzt wirklich bieten, wie gut oder schlecht werden die denn jetzt sein? Ich weiß es noch nicht. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Drake Corsair, auf meine Ben Gun. Ja, ihr könntet dem Ding damals schon einen Namen geben, als es im Konzept verkauft war. Das war das zweite Schiff, wo das quasi ging bei der ersten, ging das bei dem 600i. Ich habe mir das Ding damals auch als Konzept gekauft und meine, hat quasi den Namen meines Lieblings Treasure Island Charakters bekommen. Also die Schatzinsel. Habe ich euch schon ein paar Mal erzählt. Passt auch gut zum Schiff, finde ich. Ja, dann gibt es bei Weapons und Items hier noch einen Eintrag. Und zwar das vorhin schon angesprochene Salvage Attachment für das Greycat Multitool. Das wird kommen und wird uns die Möglichkeit geben, nicht nur die Hülle abzutragen, sondern sogar auch die ersten paar Aktionen an Repair quasi starten zu können. Die ersten paar Dinge zu reparieren, soll hier möglich sein mit diesem Tool. Und ich weiß noch nicht so recht, ob das dann dasselbe Attachment ist, ob es dazu noch ein zweites Attachment gibt, um quasi die Repair-Funktion dafür auch benutzen zu können. Bin ich mir unsicher. Ich glaube es fast nicht, weil ansonsten würde dieses Repair-Attachment, sage ich mal, bestimmt einzeln hiermit aufgelistet sein. So. Dann machen wir Weapons und Items zu und kommen zu der Core-Tag. Und damit zum Beispiel, wahrscheinlich zum wichtigsten überhaupt, im 3.18er-Patch, nämlich einer wichtigen Grundlage für das Server-Mashing, ist hier das Persistent-Entity-Streaming. Die Grundlage, das Fundament von Star Citizen wird quasi geändert, so wie Objekte quasi abgespeichert werden und persistent gehalten werden, also verschiedene Zustände von Dingen, Positionen und so weiter, dass diese Dinge wirklich persistent sein können und in einer Datenbank abgelegt werden, ist natürlich die Grundvoraussetzung für Server-Mashing, für das Wechseln von Servern und dem Mitgeben bzw. Mitladen von den benötigten Daten des Spielers zum Beispiel, des Schiffs oder was auch immer gerade da geladen werden muss. Ja, das wird eine große Änderung. Wir wissen auch, dass sich ja der PTU-Patch etwas länger ziehen soll, wegen dieser großen Änderung. Es wird höchstwahrscheinlich ein paar unvorhergesehene Fehler geben, aber ein paar Dinge, über die wir uns wundern, dass die auf einmal funktionieren, bzw. auf einmal so sind, wie wir sie verlassen haben. Schätze ich mal, da wird es einiges geben. Es wird noch nicht so sein, dass euer Zeug auch recovered wird. Also wenn ihr einen 30K-Serverabsturz habt, dann ist es noch nicht so, dass ihr quasi eure berühmte Chris Roberts Kaffeetasse wieder auf dem Stein findet, wo ihr sie abgestellt habt, weil da sind die Daten noch verloren. Später wird es aber so sein, dass selbst bei einem Serverabsturz ihr gar nichts davon mitkriegen werdet irgendwann mal und die Daten einfach auf einem anderen, auf einem Backup-Server geladen werden. Um das aber alles möglich zu machen, braucht man erst ein schnelles und zuverlässiges Speichersystem und das will man hier mit dem Persistent Entity Streaming einführen. Bin ich schon sehr gespannt drauf, wie die Einführung laufen wird und ich bin ja vorhin gerade kurz darauf eingegangen, dass die ganzen Evocati jetzt schon, ja, aufgeregt wartet, wenn der Patch dann kommt. Das war ja alles quasi. Der kurze aktuelle Blick erstmal in die Roadmap. Das ist der aktuelle Stand. Nächste Woche werde ich euch natürlich informieren, was hat sich hier geändert mit dem nächsten Roadmap Roundup und Roadmap Update. Das gibt es wieder aller zwei Wochen. Und spätestens alle zwei Wochen will ich mich eigentlich auch damit bei euch melden. Aber gucken wir mal, in welchem Schedule wir das Ganze hier wieder machen. Und gucken tun wir jetzt auch, nämlich auf den Sneak Peek. Den gab es wie immer in der E-Mail letzte Woche. Den seht ihr hier. Und ja, am Freitag quasi im Newsletter konnten wir dieses Bild hier entdecken. Der Text dazu war We are Sound Engineers tonight. Also wir wissen auf jeden Fall, dass es hier einen Engineering-Bereich gibt, der gezeigt wird. Da steht ja auch Engineering dran. Und übersetzt heißt das Ganze so viel wie Wir sind Tontechniker heute Nacht. Was das Ganze mit Ton zu tun hat, das müsst ihr mir natürlich verraten, weil, keine Ahnung, vielleicht, ich sehe hier, das Powerblend ist am Start, der Cooler ist am Start. Und vielleicht haben wir ja hier unten in diesem kleinen Dingens drin, also hier, die Hupe. Also ich weiß nicht, wie die auf Sound Engineers kommen. Was denkt ihr denn, welches Schiff es ist? Schreibt es mal mit in die Kommentare. Also wie die Drake Vultures, sieht das jetzt nicht unbedingt für mich aus. Und sieht für mich auch nicht aus wie die Drake Corsair. Da passt der Style einfach nicht dazu. Kann es ein anderes Argo-Schiff sein? Muss es ja, weil Argo steht ja da. Na, ganz fett. Also hier, Drake ist es auf keinen Fall. Würde auch vom Style nicht passen. Ist es die SAV? Wäre cool, wenn das große Traktorschiff gar nicht mehr allzu weit weg ist. Und vielleicht ist es ja auch eine Überraschung, zum Beispiel zur Messe oder sowas, dass wir hier vielleicht noch die SAV kriegen. Wir haben die Traktor-Strahlmechanik. Die ist innen gehen. Und ein großes Schiff dafür? Das haben wir nicht. Können wir mich mega freuen, wenn wir Schiffe abschleppen können. Aber warten wir uns mal ab. Auf jeden Fall denke ich mal, dass es in Richtung SAV geht. Ihr könnt ja auch mal schreiben, was ihr denkt, was hier diese Woche auf dem Sneak Peek zu sehen war. So, und zu sehen war auch natürlich was in den bewegten Inhalten. Wir hatten diese Woche ein Inside Star Citizen, welches hieß Occupation Localization. Und im ersten Teil ging es eben hier um die Lokalisierung. Und das heißt, ja, nicht in ein Lokal gehen oder an einen Ort oder sowas, sondern mit Lokalisierung ist die Übersetzung von Star Citizen gemeint. Und natürlich damit die Spielbarmachung für Leute, die des Englischen nicht so mächtig sind. Wir haben hier einen kleinen Einblick gekriegt quasi auf das Localization Team. Hier haben sich verschiedene Mitarbeiter des Localization Teams vorgestellt. Da scrolle ich auch gleich mal hin. Und hier seht ihr quasi schon die Chefin. Leider gab es dieses Mal keine Texteinblendung, wer von wem hier wer ist. Sie stellen sich das selber vor mit ihrem Namen. Ihr könnt es ja auch kurz lesen, wer hier wer ist. Auf alle Fälle, ja, kriegen wir so einen kleinen Einblick, was den Übersetzern hier wichtig ist. Es sind auch ganz, ganz viele verschiedene Sprachen mit dabei gewesen. Hier war zum Beispiel Französisch, Spanisch, aber auch verrückte Dinge wie Koreanisch. Also wir haben offensichtlich auch eine Koreanerin hier, die mit an der Lokalisierung arbeitet und hier als Location Specialist eingestellt ist. An was jetzt letzten Endes genau gearbeitet wird, wurde uns hier nicht gesagt. Es gab bloß allgemeine Infos und natürlich ist man auch darauf eingegangen, dass man ja eigentlich mit der Lokalisierung in Spielen erst gegen Ende hin anfängt. Man hat uns gesagt, dass man an Squadron 42 und Star Citizen-Lokalisierung arbeiten würde, also quasi das Team. Aber ich nehme mal an, dass die Leute hier schon eher für Squadron 42 arbeiten und dass wir uns jetzt vielleicht wirklich ungefähr ein Jahr vor Release von Squadron 42 befinden und deswegen hier vielleicht auch mal auf die Lokalisierung eingegangen wird, denn es ist so langsam Zeit, quasi diese Dinge zu tun. Für Star Citizen ehrlich gesagt finde ich nicht, dass es Zeit ist, diese Dinge zu tun. Dafür fehlen mir zu viele Features, sind die Hats zu unfertig und anzeigen quasi. Auch die Quests stellen sich immer noch gerne um, beziehungsweise werden ein bisschen angepasst und alle Quest-Texte jetzt abzuändern und schon zu übersetzen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen verfrüht. Für Squadron 42 allerdings macht das vielleicht Sinn. Ja, nachdem wir hier quasi die Vorstellung gekriegt haben, unser guten Sprachkünstler in Star Citizen, beziehungsweise bei CIG, hat sich die Sendung im zweiten Part mit dem Siege of Horizon-Ovent beschäftigt. Ja, ihr wisst ja vielleicht von uns, wir haben uns ausgiebig ebenfalls damit beschäftigt. Wir haben es nämlich gezockt ohne Ende und haben damit einen Mega-Speedrun hingelegt. Einen 12-Minuten-Speedrun, 800.000 Alpha-UEC pro Person. 7,2 Millionen Alpha-UEC als Team in 12 Minuten. Wie lange habt ihr eigentlich für CIG gebraucht? So, hier gab es quasi ein paar Infos, dass man letzte Änderung natürlich noch vorgenommen hat, bevor das Ganze hier auf die Live-Server gewechselt ist. Man hat quasi noch etwas optimiert und hat zum Beispiel Sicherheitskräfte an den Eingang von Solanki gestellt, um die Leute, die dort ankommende Quest-Teilnehmer abschießen, irgendwie ein bisschen zu behindern und das etwas zu unterbinden, gibt es hier quasi ein bisschen Sicherheitspersonal am Startpunkt. Außerdem hat man neue Quest-Ziele eingeführt und neue Reverse für Quest-Ziele, nämlich für das Ausschalten der einzelnen IFIs, also dieser kleinen Anti-Air-Umschaltgeräte, die es hier auf jeder Plattform gibt. Dafür gibt es jetzt noch ein Zusatzziel, welches ihr auch in der Quest aufgelistet bekommt und dann letzten Endes auch einen kleinen Revert dafür bekommt, wenn ihr das ganze Ding ausschaltet, nämlich 10.000 Alpha-UEC gibt es pro IFI. Außerdem hat man noch das Ende der Mission geändert, beziehungsweise wie man letzten Endes den Abschluss-Revert bekommt, hat sich geändert. Das war eine Änderung, die haben wir letzte Woche bei uns schon diskutiert, dass die vielleicht nicht so gut gewesen ist, denn jetzt bekommt ihr den Abschluss-Revert, also eure Quest-Belohnung, immer erst, wenn ihr das Areal verlassen habt, was etwas schwierig ist für die Leute, die den Endboss machen auf dem Admin-Center. Da gibt es nämlich keine Schiffe, da fährt kein Shuttle hin und wenn dann keiner abholt, kann man als derjenige, der einen Endboss gemacht hat, die Quest nie abschließen. War also nicht ganz optimal. Ich hoffe, da wird nochmal was dran getan. Ich nehme mal an, das ist hier nicht das letzte Ende an der Mission. Da wird es noch einige Optimierungen geben, bevor das richtig rund und schön läuft, so dass man das vielleicht auch mal ordentlich als Werbung für das Sintesten verwenden kann. Ja, das waren hier so die Inhalte. Hier seht ihr nochmal so ein IFI. Und genau, das ist das Gerät, was ich meine. Die stehen auf allen Plattformen rum, immer eins. Und da könnt ihr dann die Anti-R wieder umschalten, so dass die wieder auf eurer Seite kämpft und nicht auf der der Ninetales. Hier vorne ist dann nochmal die Sicherheitskraft zu sehen, was ich euch gerade erzählt hatte. Ja. Kann ja so sein, dass jemand mit einem Bärenkopf auf euch wartet. Und einem Grenade-Launcher, so wie hier zu sehen. So. Aber da steht ihr wenigstens nicht mehr direkt dort, weil wie gesagt, das ist jetzt eine Sicherheitskraft. Bringt aber auch nicht so viel, weil man kann ehrlich gesagt die Ankunft und die Station campen vom ersten Haus aus mit einem Snipergewehr. Sind ungefähr 500 irgendwas Meter und man erwischt die Leute da ganz gut. So. Das war das Ende für das Inside Star Citizen. Und jetzt gehen wir aber noch in Star Citizen Live. Da gab es nämlich die Vorstellung, die ich euch gerade eben schon erwähnt hatte, bei der Wochenzusammenfassung quasi, oder beziehungsweise bei This Week in Star Citizen, wenn wir hier letzte Woche zu Gast hatten. Und zwar hat hier der Jared Huckabee, nämlich jemanden aus dem Character Art Team zu Gast. Seht ihr hier unten auch nochmal alles drin, ne? Könnt ihr euch immer durchlesen bei YouTube. Findet ihr aus Beschreibung, wer dann da war und so weiter. Und in dem Fall war das der Daemon DeVoe. Ich glaube, so ähnlich wird er geschrieben oder gesprochen. Ich sag einfach Daemon, ne? Ja, der Daemon war hier quasi zu Gast beim Jared Huckabee und die haben viel, viel geredet. Der Daemon hat nämlich jetzt eben die alte Position des Jeremiah Lees, der ja der Chef der Character Artists war und quasi viele schöne Dinge für uns designt hat, wie zum Beispiel Rüstung und so weiter und eben überhaupt das Feeling von verschiedenen NPCs und beziehungsweise was die rüberbringen mit ihrer Kleidung, was wir rüberbringen können mit unserer Kleidung. Hier wird ja ganz viel gemacht quasi durch die Armor und auch normale Kleidung, die hier von den Leuten zum Beispiel designt wird. Jetzt war quasi erstmal eine allgemeine Vorstellung und der Jared Huckabee hat ehrlich gesagt relativ viel geredet, fast ein bisschen mehr in der ersten halben Stunde etwas zu viel über sich als hier über den guten Damien. Er konnte dann schon auch ab und zu mal was sagen und da hat man zum Beispiel erfahren, dass der Damien zuvor zum Beispiel bei Dead by Daylight oder gearbeitet hat, also zumindest das Spiel mitentwickelt hat und dort dran quasi mit als Artist gearbeitet hat. Kennt ihr bestimmt der eine oder andere. Ja, jetzt hat er quasi die Stelle vom Jeremiah Lee und ein paar Fragen gab es am Ende quasi in den letzten 25 Minuten der Folge auch noch und da habe ich euch sogar ein paar rausgezogen. Und zwar eine der Fragen, die euch vielleicht interessieren wird, werden wir Alienrassen spielen können in Star Citizen? Darauf antwortet der Jared Huckabee bloß, CRG hat nie gesagt, dass man keine Alienrassen spielen können wird. Und ansonsten gab es nichts als Antwort. Es gab quasi auch nicht, ja, ihr könnt Alienrassen spielen. Es gab auch nicht, nein, ihr könnt keine Alienrassen spielen. Es gab nur ganz allgemein die Aussage von Jared Huckabee dazu, dass DRG noch nie gesagt hat, dass man das nicht tun können wird. Das können wir uns allerdings ein bisschen zusammenreiben. Können wir danach noch besprechen. Eine weitere Frage war, welches Panel ist denn für den Jared Huckabee eigentlich das Favorisierte für die CitizenCon? Auf welches Panel freut sich der Jared Huckabee aka DiscoLando hier auf der rechten Seite im Bild denn am meisten? Ja, und der Jared Huckabee, der antwortet da ganz klar, das Resource Management, das ist das Wichtigste. Ähm, da soll es zwar für uns Bäcker nicht allzu viel zu sehen geben in dem Panel, aber, ähm, als Grundlage der Mechaniken quasi in Star Citizen ist das Ding so wichtig, dass der Jared Huckabee das auch als das Wichtigste Panel erachtet. Das fand ich interessant und freue mich auf das Resource Management Panel. Ähm, hier gab es aber natürlich auch noch ein paar Fragen an die Damien, wie zum Beispiel, ähm, welche Art von Armor oder Kleidung gefällt dem eigentlich den Damien am besten? Und welche hat da am meisten Spaß gemacht? Gab es allerdings bloß ein bisschen allgemeine Antwort zurück, dass es natürlich, äh, schwer zu sagen ist und, ähm, er natürlich verschiedene Rüstungen und Klamotten gut findet, weil die eben einen ganz anderen Style immer rüberbringen. Na, es gibt ja Klamotten, die sollen so ein bisschen abgeranzt sein und, und roughed und so weiter und wenn die richtig gut gemacht sind, dann gefällt ihm das. Aber ihm gefallen natürlich auch genau die, die schönen Sachen, wenn die richtig gut gemacht sind. Die schönen Rüstungen und so weiter, auch mal wenn was glänzt. Er ist da jetzt nicht so, dass ihm bloß eine einzige Rüstung irgendwie am besten gefallen würde. Ähm, hier ist vielleicht noch eine Frage, die schon ein- oder zweimal gestellt worden ist, aber hier nochmal konkrete Antworten von Jared Huckabee gibt und deswegen mit Erwähnung finden sollte. Und zwar, werden wir jeweils die Möglichkeit haben, die Größe unserer Charaktere zu ändern und irgendwie, ja, eine andere Größe zu verwenden und unsere, also nicht nur unser Gesicht in Größenverhältnissen anzupassen. Weil unser Gesicht können wir ja breiter machen, schmaler, die Nase etwas langer und so weiter, da geht das mit Größen, aber mit unseren Körpergrößen geht's nicht. Wird's vielleicht mal irgendwann gehen? Okay, der Jared Huckabee antwortet hier drauf allerdings sehr bestimmt und negativ. Und zwar, die kurze Antwort ist ja nämlich, äh, ist hier nämlich wahrscheinlich nicht. Wir werden wahrscheinlich nicht die Größen ändern können. Und der Jared Huckabee führt auch nochmal aus, dass dies, ähm, mit den Matrix zu tun hat, mit denen man hier quasi in Star Citizen arbeitet und diese ganzen Animationen quasi an die Größen von den Körpern angepasst sind. Man hatte ja damals schon zu tun, ähm, für die Frauen Körper Anpassungen zu machen, dass zum Beispiel die Rüstungen klappen, dass die richtig im Schiff sitzen und auch was sehen, weil die sind ja nun mal etwas kleiner und wenn die Augen etwas tiefer hängen im Schiff, dann kann man vielleicht nicht mal über den MFD gucken und so weiter. Die, solche ganzen Sachen gibt's anzupassen, aber auch andere Dinge würden angepasst werden müssen, wie zum Beispiel Türgrößen. Ähm, die haben jetzt nun mal eine gewisse Größe und man kann nicht einfach sagen, okay, ein Charakter ist jetzt 2,10 Meter groß, wenn unsere Türen nur 2 Meter hoch sind. Ähm, könnte man zwar machen, aber dann hätte man natürlich das Problem, dass man neue Animationen braucht, dass derjenige sich beim Gehen quasi immer wegduckt oder wir hätten den Effekt, dass derjenige mit seinem Kopf einfach durch die Wand klippt, also durch oben quasi die Tür durch. Das wollen wir ja auch nicht. Ähm, ich finde ehrlich gesagt die Antwort nicht so schön, ähm, weil ich gerne verschiedene Größen hätte, wir die aber höchstwahrscheinlich aufgrund des, wie Star Citizen aufgebaut ist, wie das mit den Animationen funktioniert und wie das mit unserem Sichtfeld funktioniert, wenn wir irgendwo einsteigen und so weiter, so viel Nebenarbeiten, äh, quasi bringen würde, dass man da den Nutzen nicht sieht, quasi. Das, äh, meinte der Jared Huckabee hier zumindest dazu. Ja, außerdem gab's natürlich wieder mal die Frage nach den Haaren, wenn wir hier schon einen der Character Artists haben. Und zwar, ja, gibt's denn irgendwelche Neuigkeiten zu den Haarstyles und wird's denn endlich Frisuren für auch weibliche Charaktere zum Beispiel geben? Also ein bisschen längere Haare, wenn wir das haben wollen. Nicht nur die Frauen wollen in Star Citizen lange Haare, sondern auch die Männer, ähm, ich würd mir auch lange Haare auf meinen Charakter schrauben wollen. So, und, ähm, hier meinte der Damien, ähm, bei ihm hat's ja erst mal so angefangen, dass er vor zwei Wochen die Stelle bekommen hat, quasi, von Jared Huckabee. Dann hat er sich erst mal informiert bei den, äh, Teams, ähm, die, da wurden auch einiges an Absprachen quasi getroffen und, ähm, die aktuelle Statue geklärt. Und da ging's natürlich auch um die Haare und Haare werden, also längere Haare und andere Haarstyles werden auf jeden Fall in Star Citizen kommen. Wann wird hier nicht beantwortet, aber wir haben eine konkrete Sache von Damien hier gehört, und zwar, dass es jetzt schon einen Mitarbeiter gibt, der wohl an einem neuen Shader für Haare arbeitet. Ja, und der möchte eben erst mal fertig sein. In dem Zusammenhang gab's natürlich auch noch die Frage nach den Bärten, ähm, muss ich jetzt nicht unbedingt ingeben haben, reicht mir jetzt hier. Aber, äh, gibt natürlich, ähm, welche Leute, die das gerne hätten. Und natürlich ist es auch immersiver, wenn wir Charaktere im Börsen haben mit Bärten. Und ja, auch Bärte soll's irgendwann in Star Citizen geben. So, und weil diese Frage schon einen Bart hat, machen wir jetzt lieber Schluss mit der Zusammenfassung. Ähm, ich sag euch vielleicht noch ganz kurz, die letzten zwei Wochen, ähm, von dem Damien waren quasi so, erst mal die erste Woche einarbeiten mit ein paar Teams reden. Und in der zweiten Woche ging's dann für ihn nach, äh, L.A. und da quasi mit den Teams zu reden und natürlich auch mit dem Jeremiah Lee sich nochmal auseinanderzusetzen. Der sitzt nämlich, soweit ich weiß, in L.A. Hat der Gute uns hier noch am Anfang von der Folge erzählt. Ja, und mit dem Anfangsinformationen zu der Folge komme ich zum Ende für diese Folge. Ich denke, wir haben alles durch für diese Woche. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen. Ähm, seh mal zu, dass wir uns nächste Woche auch wiedersehen. Und hoffe, ich konnte euch ein paar Dinge mitgeben, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt, beziehungsweise wo es noch eine Info gab, ähm, die ganz interessant war. Leute, passt auf euch auf, bleibt auf alle Fälle gesund und bis dann. Tschüss!